eins hallo und herzlich willkommen liebe leute hier ist der franken andy und er ist in ebelsbach unterwegs bei den nachbarsbauern mit am start wieder mein geschätzter kollege der gacki servus hallo zusammen und ja willkommen zu einer weiteren folge hier auf der edelsbach und ich bin hier immer noch dabei diesen fehler des helfers von der letzten folge zu beheben das heißt wir werden mal die halbe wiese jetzt hier mit weizen ansehen zumindest mal für eine folge wenn das mit der sämaschine funktioniert der macht immer noch komische aussätze hier aber ist mir jetzt im egal da müssen wir jetzt durch so ich habe gerade hier das letzte schlückchen gras noch in den ladewagen gemacht und das schmeißen wir jetzt hier gleich mal ins silo ein ich bräuchte mal ein kipper wo habe ich denn alles gut bei dir alles bestens es hat gerade sehr merkwürdige geräusche von dir gegeben ich habe nichts gemacht ich bin nur hier am kämpfen mit dem gerät so jetzt machen wir hier am fahrern zack gps so dann wird das ja wohl stimmen so gut dann wir müssen den drescher abtanken ich habe aber glaube ich gerade irgendwie kein schlepper frei jetzt hier alles ein bisschen muddel muddel drescher ist eine gute sache ich glaube ich war auch beim dreschen gerade mal dann ist ja noch mal kurz guck mal hier genau da steht ein drescher das heißt den können wir doch eigentlich und der ist mehr helfe an dann macht ihr einfach mal weiter da wenn wir einfach mal eben hier abgucken mal welche gerätschaften hier sonst noch im einsatz sind gut hause machen ist natürlich auch eine alternative ja wir hatten uns ja hier über diesen einen wunderschönen mod zu unterhalten der der seasons mod der dich so ein bisschen mit nicht zu schönen erinnerungen plagt sage ich jetzt also vorsichtig hast du dir mal angeguckt was hältst du denn davon ich habe mir angeguckt ich habe mir auch schon so ein paar tutorial videos reingezogen auf youtube es ist kompliziert aber es ist reizvoll also ich denke wir sollten das wirklich mal in angriff nehmen wenn wir irgendwie eine schöne karte finden die mehrere höfe hat ich würde mich da wirklich versuchen rein zu fuchsen dass wir das dann wirklich und dass wir uns da wirklich überlegen kann eben im umzug mal zu machen und irgendwie mit dem ganzen auseinandersetzen also ein kandidaten glaube ich es gibt zwei glaube ich die ich ganz interessant finde die sind aber halt noch nicht weil die ist ganz klar aber und ob ob dann beide auch ready werden ist wieder die nächste frage aber an sich finde ich den season mod ultra gelungen ich habe selbst noch nicht damit gespielt aber wie gesagt ich habe mir es halt mal angeguckt die ganzen funktionen mal durchgelesen und das mit der frucht ein folge ich finde das mega ich habe mich auch schon so ein bisschen ein bisschen ausprobiert wie das funktioniert und so weiter ist echt schön gefällt mir ja dass das ist wirklich auch sehr interessantes feature welche karte hättest du denn im blick die niederbayern die gibt es ja schon länger die ist ja auch relativ groß und glaube ich hat auch mehr hilfe wenn ich das ganz richtig im kopf hatte die die hatten wir schon mal online wissen gespielt die hat drei höfe ja genau die wäre interessant weil ich finde das halt sehr interessant zwecks der multi fruit und glaube ich da relativ viel spaß auf und als zweite karte diese mod karte ich bin mir aber mal beim namen bis ins ich ist auch so ähnlich wie wir jetzt spielen die allerbach ja genau die hatte ich auch schon ins auge gefasst wobei ich da mitbekommen dass da wohl so auch noch ein paar andere fehler mit drauf sind dass man irgendwie teilweise wohl wälder neben der bga kaufen muss damit die bga funktioniert und so ja das ist nicht so günstig aber sonst muss man wirklich mal gucken von niederbayern also die ist finde ich sehr ist eine sehr gelungene karte da muss man eben mal nachforschen ob es da eben eine season ready karte gibt ob die die umbauen oder eben nicht ich glaube die muss eh noch nachgepatcht werden weil ich glaube 1.4 funktioniert nicht so gut auf ihr wenn ich das so ich habe mal nur ganz kurz mal ein bisschen angespielt und dann ging halt manche tore und so nicht auf das war ein bisschen weil der die 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 1.8 version die gibt es auch schon etwas länger ja weiß nicht ob das da müsste man mal gucken ob man da vielleicht einfach mal den modder anschreibt ob es da eine möglichkeit gibt wobei man könnte also was jetzt so die vegetation angeht könnte man vielleicht sogar schon darauf hoffen dass sie ist season ready ist weil das ja eine umgebaute felsbrunn ist das heißt also bäume und so könnte man davon ausgehen dass die giants standard sind und dann wäre es seasons kein problem es kann höchstens eben sein dass die schneemaske nicht richtig funktioniert und ja gut dann müsste man da vielleicht eventuell drüber weg sehen ja aber das glaube ich kann ja zum problem werden wenn die hallen was ballen und so angeht ja genau stimmt auch wieder das muss man mal überlegen ja da wird es mit sicherheit noch das eine oder andere auftun was ich noch nicht gefunden habe ist es die das global company ja das ist immer noch in der warte lange zum testen bei mod hub da ja jetzt gerade am wochenende ja die fahren konnte gewesen ist wird da glaube ich kein mitarbeiter von scheinen sie jetzt in den letzten tagen hier an den mods getestet haben sondern die werden alle in hase ring will gewesen sein hatten da ihren spaß ist ja auch die große ankündigung was ja im grunde kein geheimnis mehr gewesen ist das glas in den ls 19 kommt ja das platinum dlc oder wie war das genau irgendwie ist mit der platinum version geben weil ich hoffe mal dass es das glas und auch als separates dlc gibt nicht dass man dann noch mal die platinum version komplett kaufen muss ich weiß gar nicht wie das beim letzten mal weil ich glaube du kannst dann irgendwie das addon kaufen dann wurde glaube ich deine normale version zur platinum aufgewertet so irgendwie war das glaube ich jetzt kommen ja was habe ich gelesen irgendwie 35 fahrzeuge von glas echt sehr schön also irgendwie drescher häcksler xerion 5000 traktor die axion traktoren pressen andere anbaugeräte irgendwie also an drescher habe ich irgendwo gelesen also ich muss wohl einen neuen glas lexion geben der wohl irgendwie der größte drescher der welt sein soll und der soll wohl da auch schon mit dabei sein okay es hat ja nur diesen diesen ein minuten teaser video gegeben also wird denke ich mal interessant werden was mir aufgefallen ist hier erntezeit ist ja aktuell voll im gange überall ich weiß nicht bei dir wahrscheinlich auch oder und bei uns in der gegend sind fast ausschließlich glasdächer unterwegs ja ich habe wirklich ich hatte mal ein video gesehen wo ich auch sehr überrascht gewesen bin da ging es um die raupen fahrwerke bei dreschern und anderen fahrzeugen und da ist wirklich glas weltmarktführer okay das hätte ich auch nicht gedacht die haben irgendwie schon in den zwanziger jahren haben die schon den ersten raupen traktor entwickelt gehabt und werden jetzt eben drescher die haben jetzt auch den ersten häcksler mit raupen fahrwerk im programm und da wird wirklich ist eine interessante entwicklung im gang muss ich sagen also das hätte ich auch so vorher nie gedacht und ich meine ich hatte irgendwo gelesen ich glaube im drescher bereich sind die in europa irgendwie platz 2 oder platz 3 ja wohl schon ordentlich große große ding und sie haben eben mit mit den lexion dreschern ja wirklich in quasi jedem segment von relativ kleinen dreschern bis zu den monster geräten sag ich mal da ist auch ja einiges geboten von dem sie macht wieder aus gelangt das wird ein sehr gefleckt das feld aber ich weiß auf jeden fall die sehmaschine wird über kurz oder lang entsorgt hier noch ein bisschen nacharbeiten erst mal wirklich so mit diesen raupen fahrwerk am anfang waren das wirklich reine stahlketten so wie man es eben von von panzern kennt okay und das wurde eben immer weiter verfeinert und verbessert und jetzt hat man eben wirklich diese gummiketten die wir problemlos auch auf der straße fahren kannst und da eben wirklich sehr bodenschonend arbeiten da haben wir das schwadern hier auch gleich wieder hinter uns gemacht neue silage hier der kacki freut sich immer wenn ich das wort silage sage genau das nächste stichwort da muss ich mal gucken wie es da aussieht bei mir erst mal muss das ansehen hier fertig werden das maisdraschen da muss ich ja da drüben auch schon wieder ansehen oh gott man kommt hier nicht aus der arbeit raus das ist wahnsinn jetzt siehst du mit seasons hätten wir jetzt erstmal unsere winterpause ne ja so ungefähr ja ich finde das beim seasons ja auch so cool mit dem mit dem heu und so dass das trocknen muss in der sonne und dem wind und so so echt halt einfach alles klar oder dass eben silage ballen nicht in dreizehntel sekunden silage sind sondern dass sie ihm wirklich auch eine zeit lang geben müssen ja dass das wenn ich eben auch so ein schönes video das ist halt wirklich als deine silage ballen presse und hast ihn wirklich gleich die silage drin das ist natürlich auch nicht wirklich realistisch ja das ist klar und das macht ja der mod wirklich weiß ich habe so ein bisschen auch von der farm kommen so diese preisverleihung geguckt die haben nicht nur den mod contest da ausgewertet sondern auch preise verliehen an moder gruppen was downloads angeht nach download zahlen bronze silber und gold und deshalb ein modding team hat geschafft eine gold plakette zu bekommen ok und zwar ist das black sheep modding die haben im mod hub seit 2016 über 30 millionen downloads von ihren mods alter schwede die silber kategorie das waren bis zu fünf millionen da waren es einig aber dass sie wird dass die ein riesengroßen vorsprung einfach haben und dachte auch 30 millionen downloads das ist gut und da ist der beste ist dieser old streams farm aus dem ns 17 das ist wohl der am meisten downgeloadete mod auf dem mod hub zurzeit ja die waren 17 nicht schlecht nur die war dann irgendwann verbastelt habe ich alles das gefühl gehabt aber so eigentlich eine ganz schöne karte gibt es ja auch wieder 19 glaube ich wenn ich das richtig gesehen habe kann gut sein so sind wir hier irgendwie fertig geworden aber ich weiß dass ich jetzt diese zumindest den seemaschinen anbau werde ich verkaufen das bringt so nix rückwärts fahren für fortgeschritten rückwärts fahren für fortgeschritten tiefenlockerer und fräse können wir weiter benutzen dann holen wir uns nämlich eine andere seemaschine ja toll erst spreche ich ja auf weißt du und dann bleib ich mal voll verkackt so aber jetzt aber herrlich ja da ist schon wieder stau über die abkürzung über die rüse oh da steht ein riesen anhänger hei auf meiner wiese oder ne beim händler beim händler beim händler ach stimmt du sagst da steht nochmal ein anhänger ach leider ist das ja den habe ich mir ich habe mir noch den gleichen gekauft wie du achso so 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 gut dann schnappen wir uns gleich mal den striegel denn auf unserem frisch gesäten feld hat sich ja das unkraut breit gemacht und wir haben noch 1-2 minütchen zeit das reicht um gerade runter fahren zu können dann hämmer das arscher getan so der drescher hat die arbeit erfolgreich beendet sagt er das sehe ich anders aber nur gut mach du mal pause ist das dein drescher oder ist es mein drescher ich glaube meiner aber er hat die arbeit trotzdem nicht erfolgreich beendet mal gucken meiner steht da auch irgendwie so unmotiviert in der gegend rum oah da kommt ein auto oh jebel das war jetzt aber knapp gewesen aber ich glaube der ist voll das wird mich nicht wundern so gucken wir mal ganz kurz ja der ist voll ab aus dem Windschatten aus ach überholt yes bleibste stehen den bergrunter zu bremsen das ist schwierig mit vollem drescher haben wir den eigentlich bei der seehausen auch dabei ja ich glaube schon ne ja ja aber da ist es mir noch gar nicht so da fällt mir das irgendwie gar nicht so auf ich habe das gemerkt als ich den Anhänger mit 50.000 Liter Kalk und den kleinen T6 da meinte er ich strecke mal die Vorderräder in die Höhe und da ging gar nichts mehr so hat man nicht mal leer bekommen jetzt sowas so so dann lassen wir den hier weiter arbeiten und wir fahren einmal weit mit Mais nach Hause dann würde ich sagen ähm du darfst uns rausschmeißen ok dann mach ich mal den rausschmeißer liebe Leute wir sind fertig für heute ich hoffe es hat euch wieder Spaß gemacht uns zuzusehen lasst gerne ein Däumchen da oder schreibt was in die Kommentare bei mir und eben auch beim Franken Andi und dann sage ich ihm Tschüss bis zur nächsten Folge von mir auch ein herzliches Tschüss